Ich bin jetzt hier in dem Museum mit meiner Gastfamilie, am Tag nach Weihnachten, über alte Amerikaner, also die Indianer und so. Und das ist ziemlich schön, dass ich hier so alles schiefe. Wunderschöne Dinge, Anna. Ja, und das gucken wir uns jetzt. Ja, und das gucken wir uns jetzt. Ja, und das gucken wir uns jetzt.